Okay, ich bin Corinna und Coach for the Work Ausbildung hat für mich bedeutet so eine perfekte Mischung aus sehr intensiven eigenen Erleben, durch die Übungen in intensiven Zweiergruppen und gleichzeitig aber auch das Verstehen können durch die Arbeit im Plenum. Und die liebevolle, wache Präsenz des ganzen Teams und dieser unglaublich schöne Ort hier macht für mich das Lernen und das mich entwickeln können als Coach for the Work mega einfach und super schön gemacht.